Verschreiber Crossfit is Team Suspect. Workout 1, Melgen Bruder. 10 Sekunden. Kannst du ruhig ein bisschen leiser machen. Go! Machst du die Tür draußen, ganz draußen so um die da? Bitte! Gut, durchatmen! Nicht auf die Uhr schauen! Du musst den Rollstuhl verkaufen. Richtig! Das! Das ist der Rote! Das ist nur, das ist besser zu! Danke. 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 Super good. Danke. 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 Na gut. Super, gell? Gut durchschnappen jetzt. Und hopp. Gleich konzentrieren. Seine Seize. Schrocken. Seine Seize. Schrauben Sie. Die Dänder umdrehen Sie. Schrauben Sie zu. Schrauben Sie am besten Sie. Schrauben Sie sich. Umdrehen Sie zu. Schrauben Sie. Schrauben Sie. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 5. 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 6. 6. 6. 7. 8. 9. 200. 5. 6. 7. 8. 9. 200. 10. 10. 9. 10. 10. 11. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 18, 19, 20, 20. 10 Sekunden, 16, hopp, 18, 19, komm Pele, hopp, 2 machen wir noch, noch einer, komm noch einer.